So, jetzt sind wir hier bei den Credits. Wir haben das Spiel durch. Wir haben da schon immer ein paar Namen. Die gibt's gar nicht, Leute. Und ja, was soll ich sagen. Wir haben das Spiel aufgenommen. Mit einer registrierten Vollversion von Traps. Beim guten kommt ich weiter natürlich. Die werden nicht so flüssig laufen. Und ja. Was soll ich noch sagen. Ich hab' einen Namen auf! Ey! Die Zeih! Ja Mario. Dein. Ah ne, ich würde runter anfangen. Ui! Ui! Wir sind... Wer ist bitte ZEIWU, wa? Mami! Cool! Ha! Ja, natürlich. Cool! 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 So... VIP-Gramming? Gramming? Warte, 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 warte! Was, was, was? VIP-Gaming! Pro-Gaming? Die Ohr! Die Ohr! Sound die Ohr! Sound! Gang gegangen! Schade! Falko! Falko! Damn Falko! Was für schöne Name! Falko! 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 Falko, einmal Schmidt! impul 400! Warte, auch! Ja! Bönei! Falko! Damit ist der erste Let's Play fertig und ja, danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, bewerten, abonnieren und danke fürs Mitfiebern und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Bis dahin, ciao, euer Crazy Kong.